Willkommen zu den aufregendsten und kreativsten Reality-Show-Fashion-Challenges der Welt. 16 Design-Studenten sind hier, um ihr Bestes zu geben. Aber nur einer von ihnen kann in dieser Show gewinnen. Für den Rest ist der Traum geplatzt, wie die Nähte eines zu engen Outfits. Ich bin euer Host Maria Garcia und das ist Project Rainbow. Seid bereit für die wohl spannendste Staffel von Project Rainbow, denn in diesem Jahr heißt es Shadow High gegen Rainbow High. Wie immer habe ich das letzte Wort, wenn es darum geht, wer bleibt, wer geht und welcher Teilnehmer am Ende von Project Rainbow als Gewinner hervorgehen wird. Und apropos Teilnehmer, darf ich vorstellen? Ich bin Diamante. Und wenn ich nicht im Rampenlicht bin, ist was mit dem Scheinwerfer nicht in Ordnung. Hier ist Glitch. Ja, die Glitch. Ich bin zurück und genau wie meine Designs bin ich völlig kompromisslos. Ich bin Ainsley. Und als ehemalige Rainbow High-Studentin habe ich den anderen Teilnehmern was voraus. Ich bin Avery. Und ich bin Aiden. Ainsley wird darum betteln, an die Rainbow High zurückzukehren. Ich bin Michelle St. Charles und ich mag meine Designs wie meine Technikprodukte. Immer auf dem neuesten Stand. Ich bin Priscilla Perez. Und ich kann euch versprechen, ich werde es bis ganz nach oben schaffen. Los Team Rainbow High! Die Teilnehmer müssen an ihre Grenzen gehen, um dabei zu bleiben. Dabei wird nicht nur ihre Arbeit beurteilt, sondern auch wie gut sie im Team arbeiten. Und wie sie mit plötzlichen Überraschungen und Wendungen umgehen. Wo wir gerade davon sprechen. In diesem Jahr haben wir bei Project Rainbow auch eine Überraschung für euch. Ein paar besondere Stargäste werden auftauchen, wenn man sie am wenigsten erwartet. Doch Vorsicht! Manchmal arbeiten sie mit dir und manchmal auch gegen dich. Die Teilnehmer haben Zugang zu hochwertigen Materialien, um ihre Kreationen zum Leben zu erwecken. Außerdem erhalten die Teilnehmer hochmoderne Project Rainbow Nährmaschinen, die sie so lange nutzen können, wie sie im Rennen sind. Wer sorgt für Drama? Du sagtest doch, dass du das regelst! Diese Zusammenarbeit ist vorbei! Nimm die Kamera weg! Wer inspiriert uns? Juhu! Wir haben es geschafft! Wow, ich habe noch nie irgendwo gewonnen! Ich bin echt stolz auf uns! Was soll ich sagen? Ich bin gefährlich? Und wer wird es schaffen, sich am Ende den Sieg zu holen in dieser Staffel von Project Rainbow? Bleib dran, dann erfahrt ihr es!